Wie sieht die so aussehen? Ja, ja. Ja, ist klar. Entschuldigung, das war die Falsche. Wie war's? Wie war's? Ja, war gut. War ganz deiner Familie. Moni, hierher, auf diese Seite. Aber erstmal noch mal einen Trump. Sie hatten noch einen Kling. Ach so, zwei. Ich will heute zum Lötte machen. Was macht das dann mit? Dann haben wir ja auch interessiert bei den Nachrichten. Ich frage, Hey, ob Sie aber nicht? Ja, der kommt schneller. Die sind jetzt auch schon mal vor. Und dann sind da noch einen Frauen stehen. Die sind richtig mit Sessel und so. Und ich so per Funk, dann zum Kollegen kommen. Oder so was? Wie kommt sie wieder hier? Die jetzt? Ich verkaufe nach einem. Und dann bin ich gar nicht vorbei, die sind wirklich wie so'n Sommerstuhl, sagst du, hey, ich richte so'n Tränkerinnen was? Vielen Dank.